es ist die Beckenmacht auch Mann auch noch nicht mehr jetzt aber echt wirklich in der Welt Schöne zum Schaden haben die Stellen gehen nur hoch die Türen weil ich musste hoch oder es blockierte die jährlich hatte gerade echt Angst er Äh, und jetzt? Ja, okay. Er hat das mit seinen Seifenblasen gefüllt, ey. Das kannst du timen jetzt. Nach den Bananen. Ach nee, das ist random. Was? Das war random? Ich glaub, ja. Das hat eine komische Rangfolge. Ich wollte aber auch das Geld haben. Ja? Ja. Achso. Wegen Speicher. Da oben. Was ist das? Ja, Speicherwurmt. So speichern wir? Wenn's kostenlos ist, sprechen wir nicht. Ja, schon beim ersten Mal ist es bestimmt kostenlos. Yes. Ja. Wir brauchen keine Tipps, das kriegen wir so raus. So viel Spaß, wenn wir das rauskriegen. Red Hot Ride. Red Hot Ride? Ein bisschen hier von mir. Ich hab grad nicht hingeguckt. Hä? Ich dachte, sollst mir das Ding fliegen? Hätten wir vielleicht doch mal in die Schule da gehen sollen. Ja. Ach, das war ja... Ja. Guter Versuch eigentlich. Ja, ich hab's versucht, das Kart zu holen, aber es ging nicht. Und wie soll ich denn das Level schaffen jetzt? Gar nicht. Gar nicht. Ja, irgendwie treibt das Ding ja nicht voran, da, ne? Oh. Versteh ich jetzt irgendwie gar nicht. Ich auch nicht. Geh mal in die Schule und kauf das Wissen, ne? Ja? Ja, natürlich. Können wir nicht unsere Ups jetzt alles verbrauchen. Ich dachte, du kennst das Spiel. Alter, Maui, ey. Nee. Ja, ja toll. Steht da gar nicht. Nö. Ja. Ich weiß nicht. Das muss nach rechts gehen. Sehr... Wäre ja echt unrealistisch, wenn ich das nicht schaffen könnte. Echt, wirklich. Bam, bam. Nimm vielleicht mich mal auf den Rücken? Das sieht auch nicht. Ähm. Tjo. Komisch, echt. Ich schätze mal, wenn man den jetzt nach rechts irgendwie weglöst, dann fliegt der nicht mehr hoch, sondern sinkt so ab, weißt du? Ja. Weil die Bananen auch tiefer liegen. Die rechts. Aber wie aktiviert man den? Keine Ahnung, echt nicht. Naja. Das ist irgendwie nicht so cool, irgendwie. Ja. Guck mal, wie solltest du das schaffen? Boah. Nee, ah, da ist eine Kiste. Das ist sehr dreckig. Natürlich ist es dreckig. So bist du halt, ne? Ah, der ist nämlich in der Fickkiste. Der auch, ja. Und jetzt? Ich verstehe es echt nicht. Wie geht man den denn nach rechts jetzt? Ah, Mann. Das ist doch echt irgendwie kacke. Na gut. Ja. Keine Chance. Ab hier muss man das. Ja, auch hier ist es springig. Ja, das ist kacke. Ja. Echt kacke. Ah, da haben wir N&R probiert? Nein, habe nicht. Ja, dann mal los. Nicht genau. Ja, das wäre... Das macht man da. Gar nichts. Ja, auf dem Ballon macht man da was. Und weg ist er. N&R hilft nicht? Nö. Dock mal einfach nach rechts. Fällst dann stumpf runter? Ja, ich würde ja gehen, ne, dabei. Ich würde ja laufen. Ah! Ach, bücken muss man sich jetzt, natürlich. Ja, da kommt man auch sowas von drauf, ey. Scheiß-Spiel. Ja, das hätten sie echt erklären. Ja, ja. Dass du das da nicht in den Tipp reinnimmst, ey. Du bist auch gierig, ey. Alter, ey. Ja, das war knapp. Ja. Das ist eine doofe Idee, ey. Fällt mir überhaupt nicht. Bähn. Kann der auch auf Bienen hüpfen? Alter, sinkt das nicht ein bisschen stark halt, ey? Kannst doch durch die Bienen durch. Hey, ich spück mich doch. Nee, hier oben und das Nasen und so weiter, ey. Nee, du kannst warten, bis du ganz unten bist. Und dann hochfliegst, wenn du dir nach Schwung holst, bis zu dem da. Ach, weiter. Nein. Ich bin so ultra gierig, ey. Das ist unglaublich. Ich hab den weggepiekt. Hab ich doch. Ist doch nicht draufgesprungen. Kommt er noch mal? Äh. Spring! Glück gehabt. Ja. Kein Ramp. Banon. Ja, toll. Hilf dir erst, ey. Egal. Wie machst du denn das jetzt? Ach so. Du musst du warten. das tnt war für die biene in der mitte ich brauche gar nicht mehr spielen glaube ich ja jetzt hast du verkackt den Sprung überlebten Kondier Sprung geliebten ja das wird man muss wissen weil ich nicht gesprungen bin Scheiße jetzt muss ich den Mist machen Scheiße du kannst nicht nur fliegen und hast die Bienen nicht getötet ich gehe da noch mal nach ey was flieg hoch zum Blüder Ballon man muss nämlich gar nicht nach unten drücken wie kommt man denn da vorbei oder was jetzt ja das überliebe ich nicht ok und konnte jetzt eine Springer Super ich jongle nebenbei ja echt mit so einem Multitalent das ist echt lässig aus ey